moin moin ihr geilen schnittchen herzlich willkommen zurück zu tdt es hat dalu wunderschöne wassermelonen gleich in gruppe wie vorgestern hey die ist kaputt gegangen du hast die wunderschöne wassermelonen hier drin ist aber alles voller leichen in dem haus science bitch doch hier drin sind 6 7 leichten ist echt krass ja hilfe dalu will mich töten nein ich geh auch raus jay wo sind wir denn hier sind hier wurde geschossen wir sind hier angeblich im lost camp wenn du den benutzen darfst dann darf ich meinen auch benutzen komm mal her oh da ist eine ecke gelaufen das sind meine wassermelonen du arsch ich hab nur noch 86 leben jetzt ich weiß nicht mal wo ihr seid wunderschöne wassermelonen kannst du mit dem ding auch leute töten eigentlich mit dem ding was da runter hängt von dem reifen hier ist die luke hast du eine shotgun peter ich hab keine shotgun bram du hast eine shotgun schieß mal den reifen vom seil wie geil ist das denn du musst dich ganz nah an den reifen dran stellen hier ist der knopf und dann mit der shotgun schießen wenn der still steht warte mal wo ist denn der rechner ganz bestimmt da ist der rechner da ist der rechner da ist der rechner man muss näher ran die haben sogar das teil hier hinter gebohrt oh alter nice team so war das gefährlich was du da machst oh oh ich glaub der hat grad gekauft nein hab ich nicht auf mich wurde gehuckt also wir waren in der luke jay kann das nicht sein hast du auf mich geschossen peter smith nein das ist gelogen nicht nein hab ich wirklich nicht was redest du was kann die luke denn noch irgend einer hat auf mich geschossen und der schuss kam von hinten ich gebe nur einen ausgang aus der luke das ist aber assi hart ah peter kriegt 85% ich gebe 14 sicht das ist aber hart und da und da Dado gibt den hoher hippi alter boah hab ich mich schon geahnt bravo ich bin jetzt vollgepisst pass auf da kommt Dado bravo kriegt jetzt 30% mehr damage den kannst du jetzt one piece Alter da kam gerade da kam gerade da kam gerade ein riesiges da ist es hilf mir ein bravo jawoll die hast du getroffen wer war es trader nein 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 wer war der killer das ist das ok wer fehlt hier ich glaube du also dein alles ist hier sogar alles ist hier alles ist hier Dadoch kämpft also hier ist was passiert warte mal Dadoch war das gerade sowas wie wer schießt da hm wer hat gelegentliches klicken wut wieso wer schießt da ja schon gut Dadoch hast du gedacht wer da schießt nein der hat nur gesagt was ist da passiert Jey hat gerade irgendwas gemacht ich habe ein bisschen angst auf Dadoch geworfen wut da liegt ne bombe ne bombe piept noch ich habe gerade etwas piepen gehört jeder geht jetzt schwirren Dalu is it ich habe Peter erschossen du Nase ja Dalu ich glaube ich bin gleich tot ich bin bei Dadoch ah Peter ist schwirren ich bin sofort tot ja komm her dann rede ich nicht mehr ey jetzt Jey 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 hier wird geschossen Jey 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 Dalu is it Dalu ist der Jackal alter das könnte sein aber erstmal müssen wir den zweiten Trailer finden also noch könnte Dalu noch könnte Dalu sich zeigen ich geh mal nach hinten um das super scharf zu zünden ah du bist ja doch noch am nehmen Mensch klar man klar man klaro ich hab die volle Schrebe ok Dadoch hat dich geschossen oder? und was noch? ok was wolltest du sonst was sagen? er hat das gel aber wenn ich gestorben wäre jetzt mit dem Geschenk dann wäre Dadoch der Verdächtige gewesen ja achso äh Chris hat nen riesen Krügel in der Hand ja ich weiß ich muss ein bisschen was ausgleichen ich glück mit dem Geschenk muss ich sagen ich heim mich auch mal an dem Geschenk dankeschön oh hier ist der gestorben Moment Moment warte wer ist denn noch tot? das kann man gar nicht reden doch noch alle hier ist der tot es muss Dadoch sein oder? ja Dadoch lebt noch könnt ihr den wiederbeleben? weil echt lange nichts passiert nein der hat einfach ne Puppe gefunden das ist keine Puppe das ist ein Mensch gewesen mal seht ihr Dadoch noch? ja der ist unter dir ok hallo ich bin unter dir es kann doch nur Dadoch sein sonst wird doch irgendwer das machen aber der hat noch viel Zeit ne Moment das Päder tot also bei mir fängt der Helstenmuth jetzt sofort ist der sofort durch aber der geht ja auch noch 2 Minuten ne der fängt gleich an 30 Sekunden wenn überhaupt der fängt gleich an 30 Sekunden hat der nur weil nur Päder tot ist er muss jetzt auf Bram loslaufen und schießen Dadoch komm her du fängst dir direkt ein na gut da ist er schon jetzt hat er noch 30 Sekunden mehr ich werfe ihn jetzt wieder ich hatte keine Credits keine guten keine guten gibt's gute Credits ja gibt's hallo aah ja ich hab das schon gekauft und hatte nichts mehr mit dem ich spielen konnte aber eigentlich waren wir alle dumm wir wussten schon auf dem Dach da das Dadoch ist als er gefragt hat wer schießt ey das hat er ja nicht gefragt ja aber er hat sowas ähnliches gefragt ey nein das war so wirklich random einfach nur nee das war einfach nur was passiert ist schon alles ok Bram ist schon alles cool nix passiert nix passiert was macht man denn gegen Dado am besten ganz ehrlich ja du hattest den ersten Schuss du hättest ja treffen können ja man hat das scheißegal wer den ersten Schuss hat bei dir du hast ja auch nur war ein Hates Crossball also du hast einfach du hast nur nicht getroffen wahrscheinlich oder ja klar ich bin der Seher ich bin der freie Läufer ich bin bei bei wie hieß denn die Blonde nochmal im Haus Dadoch is it ich geh jetzt erstmal an die alle unterwischen ok Dadoch hat nämlich grad gekauft muss ich doch gar nicht ich hab da alles was ich brauch Prerunner auf der Map ist auch geil der Prerunner ist doch immer geil ganz ehrlich da ist ein Winzling der Jay ist ganz klein nee 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 bin ich nicht ich hätte gern mal ne geile Waffe die Melone ich löse den Fall auf jeden Fall doch das geht ist ne Leiter dran ich löse den Fall auf jeden Fall wo seid ihr denn seid ihr alle in euren Häusern jetzt warum interessiert dich das so sehr was war ich denn als Hacker keine Ahnung für das ich finde dann muss sich da jeder sein eigenes aber die haben das die haben das relativ häufig doch sehr sehr detail betreu nachgebaut glaube ich oh Gott ich bin die dunkle Ecke mit dir ist klar ja geht doch in die Katakombe meine wilden hier ist unten ok oh Gott ja so viel musst du schießen damit das irgendwie glaubhaft ist aha nein jetzt warte ok wir gucken zur Tür Christian war doch gut ich hab einmal die Parasen war das denn gut war das denn gut ja das war super siehst du da alle ab die hier reinkommen ja freust du dich auch darüber Peter hat doch kurz davor gesagt oh Gott ok ja aber vielleicht bist du ja sein Traitor Kollege und freust dich nicht darüber das war die das ist doch scheiße wenn man Betrüger ist ganz ehrlich wieso ist denn die gleiche immer Traitor das macht einen ja zu zweit nein du kannst sie mit rechter Maustaste ändern aaaaah aaaaah also willst du also willst du also Traitor sein Peter was ich häng fest ich bin stuck neb ich nicht ok die Frage ist jetzt wisst ihr wo Peter gerade rumrennt ist doch egal wo ich rumrenne warum du lebst denn noch du bist Traitor nein ich bin nicht Traitor du bist Traitor ups da kommt was da kommt was Nee, da kommt nix, ich bin seher Die Klasse ist voll blöd, weil die Leute... Ja, ja, das wird doch gepatcht Aber das hab ich doch schon gestern weitergegeben, den Fehler Wieso hast du das bis heute noch nicht gefixt? Peter ist Trailer Nein, tu's nicht! Darum ist es doch schon wieder, oder? Alter, wir haben gesagt Pass auf, pass auf, pass auf Du hast hier getötet Entschuldigung, hab ich hier getötet Hat er... Sorry, Peter Ist das denn die echte Peter-Leiche Oder ist das die... Ich war im Prop-Verstecken, Christian Ich hab überhaupt keinen gekillt, alter Haben wir Ist wieder tot Machen wir die Tür wieder zu? Irgendwer hatte den gesnipert Ja, ich hab dich gesnipert Ok, draußen Ok, da das Hier kommt gleich irgendwas Oh, ihr habt getrunken hier rechts Hilfe! Nein, nein, nein! Wir kommen nicht mehr raus! Ich bin tot Brennt in der Hölle Richtig krass Richtig krass Ja, sorry, Christian Da warst du zum Beispiel an der falschen Ort Ja, der ist gesnipert worden Ich war als probtes Geist hinter dem Bunker Ja, Peter stirbt vor meinen Augen sozusagen Ja, und dann bist du direkt dahinter Da dachte ich halt so Okay, man soll's halt machen, das kannst ja nur du gewesen sein Nee, das war ich Ich hatte wohl mit Bram da schon geredet Dalu hat alles gemacht Ich hab gar nichts gemacht Ich hab nicht mal ne Leiche konfirmt Moment, Peter hat mir geholfen Peter, genau, Bram hat mich gemacht Ja, ich hab den gemacht Aus, also, nicht aus Versehen Aber mit falschen geschossen Aber das war der falsche Warte mal, Bram, ich bin geiler Hacker Wie geht denn das? V und noch irgendwas war das, ne? So, Moment, Deathhacker jetzt Okay Haben wir Zähler, Junge? Ja, nein, das ist doch schon wieder Ah, Hilfe! Slow-mo Ich hab mich nicht Peter hat gerade einen weggeknallt Und Dalu hat zugeguckt Und nichts gesagt Dann haben wir die beiden noch Aber ich glaub wir sind die letzten beiden Dalu Nee, ich bin auch noch da Nee, ich bin auch noch da Ich bin auch noch da Da hab ich doch jemanden Dalu ist da Ja, ich hab einen mit Pipi beworfen Und erschossen Das war Peter Nein, das ist Dalu der andere Peter lebt aber noch Christian lügt Peter hinter dir Dalu meint So, guck, wer hat ihm geholfen? Peter hinter dir Jay hat ihn gecallt, um ihn zu retten Nein Na, euch alle Äh, ich bin gerade gestorben Kann aber noch wiederbelebt werden Dadurch ist Jackal Dadurch ist Jackal Dadurch ist Jackal Bin an einer Mikrowelle gestorben Ich häng fest Tust du gar nicht Du laufst die ganze Zeit durch die Gegend Glaubst du lügen Du weißt, ich bin der einzige Indosente I do not like this What? Ey! Der schießt den Gott, ey! Du bist da du linken Junker Jackal ist da Junker ist da Ja, blöderweise keine Ahnung wo ihr seid Mist Jay Ja? Bist du wieder troll? Nein Warum? Dann geh ich mal zu Peters Leiche Das könntest du machen Die hab ich abgebrannt Ja, ja Er ist da, er ist da, Dalu Kriegt ein Deal Junker 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 Ich wollte halt nicht laut sein Ich wusste, dass du da bist Ey, Scheiße Ich hab ne Frage Warum war meine Leiche Traitor Obwohl ich extra eingestellt habe Your Bodies Role will be innocent Weil der Deathfaker verwackt ist Achso, dann heißt Der zeigt immer Traitor Und dann hab ich nicht zugehört Du kannst das zwar ändern Und wenn ich die Leiche wirklich gefunden hätte Wäre da auch Inno gestanden Aber in dem Moment, in dem du sie droppst Confirmed sie random irgendwer auf der Map So, das ist so der Fehler daran Also, du kannst Du musst sie nicht mal aufheben Die ist einfach Die wird einfach instant confirmed Ah, okay Das war nämlich gerade so Das, äh Das sah nämlich so aus Peter, die direkt confirmed hätte Weil er neben mir stand Oder irgendeiner Ich weiß nicht mehr wer neben mir stand Naja, das wird einfach random confirmed Äh, Peter, was denn? Ähm Little helper und so Funktioniert das nur einmal Ja, das wäre cool Dann musst du's doch Wenn du's komplett aufgeladen Du hörst eigentlich nen Sound Das dauert aber echt lange Bis der wieder geht Der little helper Was ist? Ich beweihrauche dich Warte, ich kick dich dafür Nein, nein, nein Nein, ich kick dich nicht dafür Du musst den Weihrauch schnüffeln Töte mich jetzt nicht Er ist sehr lecker Er ist bei mir Ich hasse Weihrauch Ey, Jay, bist du nicht Sinds in der Kirche rumgekippt? Ey, nicht hier Sachen reinwerfen Das war Dalu Ey, das ist ne geheime Geschichte Das ist ne geheime Geschichte Das ist ne geheime Geschichte Okay, da wusste ich nicht Sorry Da bin ich bewusst Ich hab mich gerade selber erwischt Mit dem scheiß Na, nimm dir mal ein neues Opfer, Jay Das find ich gut Nein Nehmen wir kein neues Opfer Das neue Das alte Opfer hat mich verraten Komme ich denn aus dem Bunker wieder raus? Warte hier, ich hab noch das Bad kick, Jay Das ist gefährlich hier Da oben ist ein Priester Da oben ist ein Priester Warte, ich seh das genau Nicht nur du Ich bin gleich mit dem Superscharf geflogen Kann ich hiermit nicht auch Türen? Kann ich eigentlich mit dem Poltergeist Warte ist nämlich schon wieder nicht da Uah Ne, ich spiele die ganze Zeit mit dem Poltergeist rum Ich wollte gerade wissen Ob ich mit dem Poltergeist Das Superscharf abschießen kann Ne, das ist kein Prop Dann würdest du random wegfliegen Alter! Kannst du es ja versuchen? Okay Heilige Scheiße Ja Wenn ein Trader das probieren würde Wäre jetzt saucool Ich stehe an der Antenne Und der Sauna ist von einem Mit dem Superscharf hingeflogen Damit ich weiß, ob ich das mit dem Prop Mit dem Poltergeist Abschießen kann Die Tür ist einfach weg Wenn man dagegen tritt Ja, die ist weggeflogen Ist die wirklich weggeflogen? Ja Das sah bei mir so aus Als würde die einfach despawnen Weißt du? Ah Dalu Willst du wieder versuchen? Sind diesmal die Rollen verteilt Äh Willst du nochmal schießen? Weg Geh weg von mir einfach Wollte nicht Alter, die haben die volles Hirn weggeknallt Ah, Jess wieder da Ah, Hilfe Autsch Du bist Priester, oder? Ich muss dich läutern Mein Sohn Ja Ja Ok Brenne Hier ist der Ich hab die ganze Zeit mit dem Poltergeist rumgeballert Wenn ich ganz ehrlich bin Pass auf, Jake Auf den Spatenkick hier am Start Ich will an deiner Stelle hier nicht reinkommen Weil ich spa- Leute, Alter geht er weg! Alter, du spielst aber auch mit dem Feuer, ey! Dalu will mit dem Feuer spielen Scheiße, Fart Rocket Ich weiß nicht, ob ich getroffen wurde Ich weiß nicht, ob ich getroffen wurde Oh nein Wir wollen's grad abdrücken Pass auf Dalu Ich weiß nicht, ob irgendeiner stürmt Ihr vibriert! Wenn ich tot bin, ist es Dalu Ich bin... Christian hat die Fart Rocket abbekommen Ok Also Brandlers nicht Glaube ich nicht Weil Peter und Jess nicht gewesen sind Dadosh und ich stand noch nicht aeinander Dann seid ihr beide es Aha! Dadosh und du standet aeinander Ja, Bruder, das wird ja klar werden Ok Wir standen voreinander und dann ist ja nichts passiert Nix, ihr beide seid Die anderen beiden waren in dem Haus Das stimmt nicht Und Dadosh ist tot Ja, woher weißt du das denn? Ja, ist er tot Weil er da liegt Und woher weißt du, dass er da liegt? Weil ich mich weggedreht habe Auf die andere Seite Ich dachte, die stehen nebeneinander Bram, wie bist du gehört eigentlich? Ja, haben wir auch Weil ich mit dem Poltergeist rumgespielt hab Wie gesagt Es sind wirklich zwei Leute tot Es sind wirklich zwei Leute tot Peter, das ist ein Fehler Niemals Glaube ich auch Soll, das heißt, Peter war Traitor gewesen Und wurde aber jetzt grad vom Jackal durch die Märtyrer gekillt Richtig? Ja Das heißt Dado Boom Hab ich doch gesagt, Peter ist ein Fehler Darfst nicht so machen Alter, Dalo hat mich wieder gewonnen Hittet mit irgendeiner Pistole Der regt mich mega auf Ich war aber auch Kopfgeldjäger Ich hatte die Golden Diegel Kacke, kacke Wie bist du gestorben, Christian? Ja, durch die Fahrtgun Aber das war doch deine Fahrtgun Das war meine Fahrtgun Das war meine Fahrtgun Achso Das geile ist, Dado stimmst du auch dadurch gestorben, oder? Ja, ich bin auch damit gestorben Ja, ich war da hart Dado stand nämlich neben mir Weil ich schieß den an Und der sagt so, ne ich hab dich geschossen Ich hab das echt nicht Ich dachte, das hört man oder so Das ist voll nice Mach kein Mist, Peter Ich war mir ganz sicher Weil du hast ja auch die Scout-Poltergeist Peter Nein, nein, nicht hier in dem Haus Poltergeist Endlich Rache Endlich Rache Ist einer tot? So bin ich eigentlich in den Kumpel gekommen Bin ich Wann willst du? Wie lässt Dado jetzt aus Rache weggehen? Alter, wer hat mich jetzt Wieso hast du mich jetzt angeschossen, du Arsch? Willst du mich verarschen? Ja, das Ich wollte nur sagen, dass du in meiner Nähe bist Und dann schießt du mich einfach Geil, sorry Ist der Priester? Fick dich Alter Christian, der Science-Man ballert hier Oh, ah, guss Ja Endlich Science-Mit Alter, ich bin mega hörbar Aua Irgendwie hat mich auf Irgendwie hat mich auf 17% Auf 17 Leben runtergeballert Ja, das war eigentlich Aber 17% Aber schon bist du tot Das war Dadoch 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 ist er grad Peter, jetzt brauche ich dich Was bin ich? Bram ist Freighter Er hat grad Christian gekillt Ich hab's gesehen Das ist gelogen Das ist gelogen Das ist gelogen Nur weil du lauter schreist heißt Das ist gelogen Ich hab, du schreist lauter Ja, weil du deine Stimme erhebst Du hast ein Scheißdreck Hast du gesehen Komm, na komm her Ist der jetzt gestorben? Wenn zu Recht Ja Dadurch so nicht Haha, nice, Bram Golden Deagle Achso, okay Golden Deagle hat die beiden Lutschern kaputt gemacht Tut mir leid, Peter Hast du dich so sehr Doppel-Doolies Ach, Bram Ist wieder One-Click gewesen, Peter Der hat mich wieder One-Head weggemacht mit der Pistole Als Freund hat er mir nochmal schön einen mitgedrückt Ich hab erst gesehen, wenn du auf dich geschossen hast Dann hab ich erst gesehen Und dann glaubt Bram ja auch noch den Killern Christiane Frech Klaus, Mau, Alter Das war meiner gewesen Alter, wenn du mit 13 Apils zurücklässt Ist das ja wohl ein Geschenk Ich musste näher ran, nachdem er so low war Die Sidekick Deagle ist so ultimativ stark Wenn du, äh, beziehungsweise nicht die Sidekick Deagle Die Golden Deagle als äh Naja, die Golden Deagle Als jede Rolle Also auch als Inno kannst du zwei Trader mit wegklicken Deswegen haben wir ja eigentlich den Dealer noch mit dabei Dass der den anderen Tradern ansagen könnte, wer welche Rolle hat Der sieht, welche Karte jeder Spieler hat Welche Karte? Ja, welche, also das zum Beispiel, wer Vampir ist Oder Ninja oder Kopfgeleger Der weiß, wer welche Rolle hat Ja, genau, klasse Das heißt, du könntest anderen Traitern ansagen Wen du nicht mit Explosives killen kannst Oder vor wem man aufpassen sollte Ja, verstehe Ja, verstehe Ja, verstehe Ja, verstehe Daadosh hat geshoppt Daadosh hat geshoppt Ja, hast du Rabattkarte gehabt Bei Shopping oder was? Ja, ja, ja Ja, ja Dadosch hat geschoppt. Dadosch hat geschoppt. Also wer jetzt hier Damage bekommt, ich bin Priester. Ich kann euch befriedigen. Ich hab Damage bekommen, Peter. Aber ich trau dir glaube ich nicht. Da ist der Dadosch. Hast du geschoppt, mein Freund. Ich hab mich geschoppt. Amaratsu! Amaratsu, Jolle! Amaratsu! Peter, mach ihn fertig. Komm Dadosch, wir sind zusammen in dem Team. Amaterasu! Amaratsu! Brenn ihn an! Das ist unfair, nicht da unten drunter. Brenn ihn an! Nicht mich! Peter, heim mich mal bitte. Nimm die Waffe aus der Hand. Wen machen wir weg? Wie machst du das? Ich bin innocent tatsächlich. Peter kriegt jeweils 40% von Dadosch und mir. Ich hab gerade den anderen Typen geheilt. Ja und? Dein Kollegen. Super Schaf kommt von Jay. Okay. Das ist ne Lüge. Okay, Jay vermöbeln wir, komm. Moment, ist der schon explodiert? Ja, der hat Dadosch, ach Quatsch Dadosch, der hat Dalu gekillt. Dadosch? Dadosch lebt noch. Ich bin noch voll alive. Wo ist denn der? Oh, hier wurde geschossen, oder? Der war hier ganz in der Nähe tatsächlich. Du musst euch entgegen gekommen sein. Am Arsch ist doch... Guck mal, jetzt sind wir hier zu viel. Oh! Oh, nein, der noch, der Jay. Oh, nein, ich geh rein! Hier, Mann ist Chris glaube ich auch. Ich hoffe es auf jeden Fall nicht, hab keiner gemacht. Es tut mir leid, wenn du nicht tot... Also, wenn du... Oh, nice! Oh, ho, 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 ho! Ich hab so ein Schot abbekommen, wenn du es nicht machst! Ey, ihr habt so einen Schot abbekommen, tot! Ja, gerne! Da... Geil! Hier, das Feuer beschwören! Ohlalala, hollalala! Moment! Alter, das macht ja richtig viel Damage! Wir leben wieder! Ohlalala, hollala! Scheiße! Ah, sorry! Siehste, Bram, du kannst den Vertrauen, ich hab nicht geschoppt! Ja, ich konnte auch nichts machen. Also, beziehungsweise, hab nichts gemacht. Ich hatte gedacht, weil du halt damals... Ich hab dreimal auf Peter geschossen und hab den nicht getroffen. War das schon... Einmal... Einmal genau drauf... Einmal hab ich versucht, mit dem Kreuz drauf zu sein. Dann hab ich irgendwie gedacht, das geht daneben, weil... Du musst vorziehen, aber ich vorgezieht, das geht auch nicht. Ohlalala, geht schon neue Runde los! Dann hab ich nochmal verkackt, als der vor mir weggelaufen ist. Ich steh da noch so ein Schiff noch mal ein... Arr, wieso denn immer ich?! Jay! Ich hab... Ich will die Hedge auch mal sehen, bevor die Runde hier vorbei ist. Wo ist denn die? Ich hab ihn getroffen! Ich hab ihn getroffen! Ich hab ihn getroffen! Du fuck, Alter! Du Arschloch! Ich will dich nicht, du Arschloch! Ich will dich nicht, du Arschloch! Ja, ich weiß! War die Betrüger live, ich hab nochmal was versucht. Okay. Wo komm ich nach unten? Ich hab das auch mal sehen. Bram! Ich bin im Wasser! Hallo! Kann mir bitte jemand sagen, wie ich nach unten komm? Ich will das auch mal sehen. Keiner von euch weiß das. Nach unten? Ja! Da, wo diese Schaukel ist... Da ist dann ein Loch im Boden. Ja, wo die Schaukel ist... Du meinst du... Dieser Reifen. Wie hast du eigentlich die ganzen Leute getötet? Und wieso hör ich hier die ganze Zeit jemanden... Jay hat Dardosh gekillt, weil Dardosh Jay angebrannt hat. Deswegen hör ich hier die ganze Zeit jemanden... Und das heißt, wenn jetzt da oben wirklich noch drei Leute leben sollten... Kann der Innu und die anderen beiden abschießen. Ich schieß jeden ab, der hier runterkommt. Ah, du bist unten, oder was? Ja. Da floppert schon einer. Dann guck ich mir die Hedge doch jetzt diese Runde mal nicht an, Dardosh. Dann knall doch die anderen beiden ab. Ach ja... Okay... Habt ihr den armen Christian schon gekillt? Christian? Weiß ich nicht, ob der tot ist? Ihr Mörder... Hier, pass auf Peter, wir machen das. Okay, what the fuck? LOL! Stimmt, ich hab nix gesehen. Stimmt, der hier... Hat da funktioniert! Ne Flashback! Ach so... Das wird easy. Flasht die dich auch selber eigentlich? Ja, aber ich war nicht so lange geflasht wie Peter, weil ich ja schon rausgerannt bin. Man kann hier nicht reinfliegen mit nem Schaf. Hab ich auch schon versucht. Geht leider nicht. Hat der erste Angst, dass ich Peter kill. Ja, ich bin da schon extra von weg gerannt, als ich gesehen hab, oh da kommt jemand mit nem Schaf. Ja, ich bin ja auch ein paar mal im Kreis geflogen, damit ich mich auf jeden Fall siehs. Seht so, dass ich da einfach fliegeflogen bin. Sehr lange. Ne, ne, ne. Irgendwann kommt ein Countdown. Ha, Slyons. Wenn es Beside mehr anläuft, oder? Ich bin Magier. Dad, du möchtest du vielleicht nen Present of Raid? Och, Mann! Noch nicht. Nein. Du tötest mich jetzt. Science Bitch! Ich schenk dir jetzt ein 1. Du bist klasse in diesem Spiel. So useless einfach nur. I do not like this. Hier war die Hedge. Geh weg. Bram! Ja, du musst doch da runter. Fuck you! Ich geh zuerst. Okay, dann geh jetzt zuerst. Woah! Alles gut. Aber stirb nicht dabei. Nein, ich stirb da nicht bei. Alter, fuck you. Einfach nur. Wir sollten Wettrennen machen. Okay, wohin denn? Wir? Hier ist ein... Ja, was ist das denn hier? Nein, tschüss mal nicht! Wenn ich tot bin, ist es Danu. Oder Jay. Oder beide. Peter hat Bram unten im Bunker getötet. Die zählen nicht aufeinander. Die zählen beide noch nicht. Peter hat Bram beim Dan... Okay. Der hat den unten im Bunker getötet. Der kommt jetzt hoch. Komm mal raus da, Peter. What the fuck? Sau! Sau geil! Sau fit! Wie... Wie... Wie unfassbar... Ich bin hier tot, aber wie unfassbar fit war dieser Move, Witze! Was zum Fit! Ich hab ihm einen Teagleheader gegeben. Nachdem er mich geportet hat, hab ich mich schnell umgedreht und ihm einen Headshot gegeben. So fett! Aber er lebt halt wieder, leider. Oder... Ne, er lebt. Ich hab das nie gegessen. Jay ist der andere! Oh my god! Ich heile mich... Ne, ich heile mich gerade gegen mit dem Little Helper. Er ist im Trailer-Raum! Der hat jetzt wieder... Oh, der hat wieder bestimmt so einen Scheiß. Explodiert nicht. Also entweder ist Peter tot, oder... Dalu ist tot. Irgendwer hat Dalu umgebracht. Ja, Jay ist es auf jeden Fall. Gibt's noch einen Chakal? Gibt's hier drüber? Aber ich bin's nicht. Natürlich bist du's. Äh, wo ist der denn? Dalu hat einen Trailer getötet. Du hast ihn vergiftet. Und du hast ihn eingetötet. Ich bin... Nein! Der ist unten. Diskutier nicht mit mir! Jay ist unten. Dadurch. Okay. Ich bin's nicht. Ich muss es vorrühren. Das Problem ist... Okay, du hältst dich. Jawohl. Ich hab mich gehalten. Ich bin mir mit dir leider auch nicht ganz so sicher. Der ist nur noch unten im Bunker. Ja, ich gehe irgendwie ein bisschen abschalt auf dich. Aber ja, Jay ist primäres Ziel. Du kannst ja auch Schakal sein. Ja gut, dann hätte ich dich aber umgebracht, als du low warst, oder? Ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Mindestens doch der Zeherding, das hier unten ist. Hat er nur den einen Weg hier hoch, oder kann er diesen Trailerraum auch hoch und runter? Also eben meinte er... Gibt nur den Bunkerausgang. Keine Ahnung, ob's noch einen anderen gibt. Das weiß ich nicht. Weil dann hat er ja gesagt, er war im Trailerraum. Ich weiß nicht, ob er sich da dann... Ja, das weiß ich auch nicht. Vielleicht wird der Trailerraum auch da unten angezeigt. Das könnte natürlich auch so sein. Hm, okay. Aber das weiß ich leider nicht. Ja, Jay? Aber Jay ist es ja nicht. Also haben wir ja Zeit... Achso, ja, okay. Stimmt. Ja, ja, gut. Ja. Gut. Echt nicht. Echt nicht. Der ist unsichtbar. Der ist hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Ja, in dem Haus. Da ist wieder ein Sichtbar rausgelaufen. Ich bin da nicht. Der ist, glaub ich, die Golden Deagle. Nein, hab ich nicht. Ohne One-Shot-Waffe schafft er das nämlich nicht. Ohne One-Shot-Waffe schafft er das nämlich nicht. Wo ist er denn? Meine Deagle hat einen goldenen Skin. Komm. One-on-one-me. Ich hab auch nicht mal rumdümpelt. Ich bin halt das Monster verlost, ne? Ja, aber das ist Rauch. Ja? Ich mach jetzt auch hier so komische Kettengeräusche. Spoiler! Ja. Kange, der wird doch nicht angezeigt, wie er unsichtbar ist. So ne Sacknase. Jetzt ist er wieder sichtbar. Ja. Der ist im Pavillon. Im Pavillon? Am Pavillon. Genau in der Mitte. Ich glaub, der ist aber noch. Tschüss. Ich seh ihn nicht mehr. Ich glaub, der ist da immer noch drin. Ne. Ich seh seine Füße nicht. Na gut, der ist doch unsichtbar. Ja gut. Ja gut. Ja gut. Mann, ich bin fast 30. Denkst du, ich seh noch irgendwas verschwommenes, was hier rumläuft? Gar nix, Alter. Er ist ja blind. Ja genau, das ist ja mein Ding, ja. Blind Ass Fuck. Nein! Oh! Nein! Scheiße! Oh Gott, nein, nein! Mann! Mann ey, man kann auch nicht mit diesem scheiß Schatten da vernünftig... Ah ne, Moment, ich hab ja gar keinen Schatten. Wie enttäuschend, ey. Ja, es war auch enttäuschend. Ich wollte mich erst dann... So lange am abkämpfen, Alter. Nur um so enttäuschend einfach wieder gestrickt zu werden. Ja, ich hab halt was versucht, Mann. Peter hat gar nix mehr gesagt, das fand ich sehr schade. Das ist die letzte Runde jetzt. Hörst du dich, Dalu. Mann, Peter, wie geil war der Move? Bitte komm, er muss noch mal zugeben. Der war schon saufend. Wie schnell Dalu das doch realisiert hat. Also Dalu ist einfach ohne was zu sagen... Er hat direkt runtergesprungen in den Bunker und dann... Ich dachte, er war sein Kollege eigentlich. Ne, ich wollte Peter halt einen Headshot geben. Das war meine Intention. Ja, das ist immer deine Intention. Ich hab mir selber Random Damage zugezogen. Das ist doch scheiße. Ist ja grad wer gestorben. Ich glaube, das... Ich glaube, die ist die Chance dafür irgendwie hoch, wenn du das direkt am Anfang machst. Peter, rechts, ich hab Angst. Peter, Peter, bitte nehmen. Nur ne Sniper. Du kannst... Wieso hast du Angst vor mir? Du kannst mich ja verworlen. Weil du den ersten Schuss hast. Du kannst mich auch... Ja, und dann interessiert dich doch ein Scheiß. Du lade den eigentlich noch ein, wenn das mit ihm kein Spaß macht. Aber hier, ich hab Schuriken. Peter, ich bin Peter. Was ist Peter? Du willst doch wohl nicht Peter mit Schuriken. Ey, jetzt müssen nicht die Doppel-Peders hier hinkommen. So, wir sind jetzt die Peter, Brüder. Und einer von uns kannst du ja nicht schießen. Warte, ich muss kurz diesen Namen wechseln, damit du nicht mehr weißt, wer ich bin. Moment, jetzt bist du da nicht. Jawoll, er folgt dir. Komm, wir switchen bisschen rum, Danu. Komm zu mir, okay. Hast du auch ne Shotgun? Ja. Okay, sehr gut. Okay, Hütchenspiele hier. Okay, Scheiße. What the fuck, man? Ich glaub, er ist es. Wieso läufst du denn hierher? Hallo? Wieso läufst du denn hierher? Au! Oh, das war Bram. Ja, Bram ist der einzige, der fehlt. Bram ist der einzige, der fehlt. Das ist Bram, das stimmt. Ja, gut. Und dann auf... Ich hab noch 42! Shuriken! 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 Peter und Bram überhaupt. Peter und Bram, ja. Oh Gott! Nein! Oh Gott, wieso? Bist du der Letzte? Nein, oder? Oh, anscheinend doch. Ja... Warte mal, hab ich jetzt einen Innocent getötet? Nein! Ehm, doch, doch! Du warst ja Jackal, war ja egal, also du hast mich gekillt. Und ich war Inno. Das ist die erste Runde, wo da das... Ich hab mit der Scheiß-Fartgun keinen in diesem Fick-Pulk getroffen, ey! Beim letzten Mal, beim letzten Mal hatte er auch... Ja, okay, dann wollte ich natürlich jetzt diskreditieren. Das tut mir sehr, 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 sehr. Sehr, sehr leid. Sehr, sehr leid. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss. Ciao.